Ich muss einmal kurz gucken, Chat. Ich muss einmal kurz gucken nach dem NetWet. 5 Stunden, Weakfoot, High Medium. 4 Stereo Skills, 88 Pace. Dicken Schuss, dicken Pass, dickes Dribbling. 80er Physis. Pace ist in Ordnung. Schuss ist in Ordnung. Passen ist gut. Sieht jetzt nicht geil aus, aber auch nicht so schlicht. Das ist immer aus dem NetWet. Der Icon-Tester. Er schlägt wieder zu, Chat, ganz genau. So, Chat, das wär's gerade. NetWet, Stinky. Aber nicht so früh Stinky sagen. Muss nicht sein. Obwohl, kommst du, kommst du, wir machen 1 über 1. Ja, okay, gut. Was hast du für ein Team? Obwohl, sag nicht, sag nicht, sag nicht. Ich hab ein paar Spieler da reingemacht. Ich hab Gleichspieler, Mbappé. Gleichspieler, Mbappé, zählt. Giltet nicht. Bruce giltet nicht. Giltet nicht, Bruce. Giltet nicht. Ich hab nichts. Giltet nicht. Man musst du mehr ziehen. Ich hab ja Coins. Ich hab 1,2 Millionen auf dem Tacho. Ich könnte mir auch einfach ein Mbappé holen, aber mach ich jetzt nicht. Aber du weißt, ich bin schlecht, ne? Also ich hab... Ja, zählt. Du bist richtig schlecht. Ich stehe 13 zu 15 im Draft. Ich stehe im Draft, glaub ich, 0,6 Hit. Bei mir Shepherds. Bei mir Shepherds. Geil. Brauchst du mal eSportler in FIFA? Mein Team ist gut. Ich war kein eSportler. Ich bin Fußballer. Ja, das weiß ich. Aber du bist auch correct in FIFA. Du bist ja correct in FIFA. Ja, das hat mir der Schmutz mit den Laiennoten. Nur Komma und Dings. Oh, du hast Chaos... Yo, du hast kein Team, Digga. Was hör ich hier? Ja, ich hab 4 Spieler gehabt. Digga, ich bin Henri. Und dann noch Laienbappé. Ist das respektlos, Bruce? Ich hab ja genug Geld, theoretisch. Bruce, ey. Bruce, Bruce, Bruce. Ist das geisteskrank? Hey, Chat. Welcher Flips ist das? Wie? Welcher Flips ist das? Mittag oder Baby? Mittag. Ah, was hab ich getan hier mit 10 Subs? Oh, was ist? Das war cracked. Er ist verloren, Chat. Ist ein Kreis und Ex hier. Nee, sieht sogar so aus. Ich fühl mich auch grad voll schwitzig. Hallo! Auf NetVet! NetVet ist auch geil, ne? Andererseits. Meinst du ehrlich mit NetVet oder willst du mich ärgern? Flanken? Nee, aber ich hab dafür die Spieler. Digga. Diese Übersteiger. Ich kann das hier nicht mehr, Chat. Das ist vorbei. Ich muss bitten, dass du hinten kacke bist. Du bist voll wahrscheinlich gut, aber hinten vielleicht kacke. Dein Laienbapp, der macht mich so sauer, ne? Dirk! Digga. Oh. Weißt du, warum spiel ich den? Komm an. Warum spiel ich den Pass? Ich weiß, er kommt nicht an. Lami! Was soll ich mit da so einem zackar? Was soll ich da mit zackar? Die wählen manchmal meinen Spieler ab, wo ich schon den Ball hätte. Und dann läuft er dagegen. Bodenlos. Naja, weiß ich hier nicht. Weiß es. Und jetzt. NetVet, mach einen Meter. NetVet? NetVet? Okay, okay, NetVet, okay. Okay, NetVet, okay. Okay. Ein göttlicher Pass. KANTONAR! Dann kriege ich so ein Tor schon wieder. So laufen auch meine Drafts genauso. Habe ich deine Übersteuer gemacht? Ich glaube schon, war nicht mehr Absicht. Das sage ich dir. Erik KANTONAR's Hit, ne? War ein NetVet-Tor. NetVet, stimmt. War seine Vorlage, ne? Ein komplett weirder Dings. Schussfinte. Ja. Sag ich. Sag ich. Sag ich. Mann, da sind sieben Leute. Sag ich. Sag ich. Oh ja, Pirlo. Komm her. Pirlo mit einem Pässchen. Was war das? NetVet! Digga, NetVet. Chat. NetVet macht hier gute Dinger. Five-Star-Weekfoot auch, ey. Das ist gut. Das ist gut. Puff. Boah. Puh. Boah. Erik KANTONAR! Och, Mann. Aber 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Fühlt sich ganz gut an. Oh, oh. Und jetzt ist mein Tor. Auf den Lob. Ja. Oh, ja. Na ja. Stop. Keeper rauszuholen ist nicht gut. Das ist immer so, letzte Verzweiflung. Immer Keeper rausholen. Aber ich halte hier gut gegen gerade, das ist schon mal wichtig. Man, der fällt bis jetzt gar nicht, also besser als Pelé, besser als Pelé, Pelé größter Schmutz. Ja, ABD halt, ne? Ne. Mal versuchen hier, Verzweiflung ein bisschen. Mit gegen Luke Shaw. Recht. Luke Shaw? Ja, ich hab kein Team. Kein Team mit Vera. Ist das Baby oder mit Vera? Mit. Mit. Oh, oh. War nicht das? Stark gemacht, der Elastik und so. Schön Luke, schön Luke. War nicht übel, Chat. Ist das unfair mit dem Keep oder ist das unfair, den wir draus holen? Okay, mach ich den noch weiter raus. Warte, warte. Ja, ich geh wieder rein. Ne? Cantona, bitte? Ich warte, ich warte. Mach Meter, Garincha. Such ihn da unten. Oh, warum hab ich noch gar nicht? Ne, Jens! Boah. Der ist noch heiß, Garincha. Erikan, du! Was? Ich kann das hier nicht, Bruce. Wir werden spielten auf Kopffälle. Ich spiel auf... Ach, Digga. Ist das... Oh! Aber er hat auch Mendy. Er hat auch Mendy. Er ist krasser Keeper. Aber er hat auch Mendy. Was? Der Held ist ja wirklich bodenlos. So. Held nach Meter. Bruder! Unlucky! Nee. 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 Ey, das ist... Ey, das ist... Ey, das ist... Ey, das ist... Ey, ey. Gamesle Command, Leihspieler, macht das Ding. Ey, das ist so unverdient. Ich kann das hier nicht, ne? Nicht wirklich, mein Freund. Carlos? Mmh. Was ist denn hier los? Ey, das ist kein Bruder! Verdient! Digga, wo war ich denn? Defense? Das sah aus, als ob ich dich pressen will. Stinker, Sid. Du stinkst, Bruce. Aber auch verdient, muss man sagen. Ja, das lang ist jetzt keine richtige Täuschung. Ja, Sid. Deine, dein... Dein Tor war gut rausgespielt, Digga. Dein Tor. Das war ein gutes Tor. Ah, macht er gut! Leider! Dirk! Was? Ich hab dich vor geübt. Oh nein. Ja, das wird ein Torchett. Leider. Was soll ich auch sagen? Mach Meter! Ja, wichtig! Verlängerung! GG ist schon mal ein gutes Spiel. Den lässt mich zappeln. Wir brauchen jetzt hier... Wir brauchen jetzt hier einen Game Changer, Freunde. Wir brauchen jetzt hier einen Game Changer und das ist Beckham. Ja, ich weiß, du hast Angst vor Beckham. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hör, du hast genug gebuckelt. 90 Minuten geschuftet hat, der gute Mann. Der hat keine Ausdauer, oder? Nee, deswegen möchte ich jetzt die. Ja, er hat Hälfte gehabt. Also, nee, er war noch nicht gemacht so fit. Und für die Arbeit, die er gemacht hat, ist das schon okay. Hälfte noch zu haben. Hä? Oh, oh. Oh mein Gott! Das ist der Buck. Was war das denn? Oh, weißt du, Carlos? Oh Gott. Kato! David? Und weg. Und weg. Hätte ich die Ecke haben sollen. Die Ecke wäre besser gewesen als das. Na, wäre in der Ecke gut gewesen. Ich hätte die Ecke wie die Ecke. Ich hätte die Ecke gerne. Warte mal nach. Vielleicht kriegst du die noch. Warte mal nach. Ecke in die Ecke! Flippsi! Flippsi! Und bleibt ein Rätsel. Du weißt doch, wie das läuft. Mal einen Tauri hier reinbringen. Boah! Den Flippsi! Der ist stark! Hoffentlich nur verliere, Chat. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Wie ein Löwe habe ich gekämpft. Nein, ich habe mein Spiel abgewählt. Oh nein! Oh nein! Oh! Boah! Abseits! Iiii! Das war so schön! Oh! Das war so ein... Das war so ein... Das war so ein schöner Spiel. Karincha! Karincha auf Eusebio! Eusebio! Ich werde schon wieder gescammt hier. Nalka, vielen Dank. Mehr Schüsse. Alles verdient. Seh es ein. Nein, du hast nur Kopfwelle. Was macht Mardini da? Warum geht Luke Shaw noch vorne? Schönes Kopfballtor an der Stelle, Chat. Schönes Kopfballtor. War ein starker Kopfball. Nein, weil du meinst, du hast mehr Schüsse. Du guckst dir an, Luke Shaw. Nee! Gut. Gut nutzt's aus, Raffinja. Bruce! Bruce! Kartona! Schade. Hätte ich schießen sollen. Junge. Ist das krass. Ist das krass? Nein. Kartona! 5-2 wärst hier wegge... Eingeschult, wirst du sehen. Sag ich! Nein. Jetzt sind ja da erste Tore. Das ist vorbei. Und es gibt auch keine Revanches. Es wird für die 10 Subster und dann mach ich erst einen Meter. Dann mach ich einen Meter. Du sollst mit der Schande leben. Mit der Schande. Du hast keine Schande. Symbol ohne Dory. Sehr schön, Danny. Sehr schön. Dreh drauf auf. Nee. Dreh drauf auf. Gegessen. Gelüftet. Mir geht's gut. Komm. Komm, Mehdi. Echtig, Monti! Hält auch mal was! Abseits. Die erste Runde Draft, bitch. Sag ich. Mehdi, willst du spielen? Dankeschön, Danny. Dankeschön. Die Wache der O2 ist stark. Ah. Backcamp Traumpässchen. Abseits, gut. Niemals. 5-3 weggefaked. Mit Kantona vier Buden reingeschenkt. Sag ich. Sorge, danke für die 5. Welche, wer ist denn Danny? Hier, Kantona hat geknipst und zwar nicht zu knapp. Ely. Mit meinem Team. Was ist, man? Nimm mich bei den eSpawner rein. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kein Hünnenflug. Garantiert keinen Hünnenflug gerade. Gegen Luke Shaw und so gewonnen. Nice, Bro. Ja, Sid. Dein zweites Tor hat auch noch gestunken. Ich habe kein Team. Fiera mit. Ja, klar. Er spielt Fiera mit. Mbappé vorne. Henri Lahm. Hat kein Team. Haar ist kein Team. Ja, Leihspieler ist kein Spieler. Junge. Ja, bis zum nächsten Mal. Viin. Tschüss Leute.